Wichtig für 20 Millionen Rentner. Entscheidung zur Energiepreispauschale naht Bundestag, berät am 13.10.2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten es ja schon berichtet, die Bundesregierung hat über das Bundesministerium für Arbeiten und Soziales einen Gesetzesentwurf veröffentlicht zum Thema Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsberechtigte des Bundes. Alle Rentner, die am 1.12.2022 Anspruch auf eine Altersrente, Rente wegen Erwerbsminderung oder Hinterbliebenenrente haben, in Deutschland dauerhaft ihren Wohnsitz haben und unbeschränkt steuerpflichtig sind, werden bis zum 15.12.2022 die 300 Euro Energiepreispauschale durch die Rentenversicherung ausgezahlt bekommen. So sagt es der Gesetzesentwurf. Ein Gesetzesentwurf ist aber noch kein förmliches Gesetz. Das heißt also, 20 Millionen Rentner können aus diesem Gesetzesentwurf keine Ansprüche herleiten. Wir brauchen dazu einen förmlichen Beschluss durch den Bundestag. Und damit es zu diesem förmlichen Beschluss durch den Bundestag kommt, wird der Bundestag am 13. Oktober 2022 gegen 14.40 Uhr, ich glaube mit dem Tagesordnungspunkt 12, beraten über diesen Gesetzesentwurf der Bundesregierung und wird dann danach, nach der Beratung, diesen Gesetzesentwurf zum federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales zur weiteren Beratung zuleiten. Das ist so eine übliche Vorgehensweise, damit man hier möglicherweise noch kleine Änderungen am Gesetz final besprechen kann. Wenn dieser Ausschuss dann seine Arbeit getan hat, das wird relativ schnell passieren, kommt es dann zur abschließenden Entscheidung durch den Bundestag. Ich gehe davon aus, das wird in den nächsten Tagen, Wochen bis Ende Oktober 2022 passieren, denn die Auszahlung der Energiepreispauschale muss rechtlich auf sauberen Füßen stehen. Wir brauchen dazu dieses Gesetz, damit 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner wirklich auch den Anspruch aus dem Gesetz herleiten können und damit auch die deutsche Rentenversicherung und deren Zahlstellen hier entsprechend die gesetzgeberischen Vorlagen tatsächlich umsetzen können. Denn das bedarf ja auch wieder Vorbereitung und viel Arbeit, was da auf die Rentenversicherung zukommt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.